Langjähriger Bundesligaspieler Tod 216 Bundesligaspiele, 24 Tore für die Eintracht, Lothar Schämer war ein Bundesliga-Kind der allerersten Stunde. Nun ist der langjährige Frankfurter Kapitän gestorben. Eintracht Frankfurt trauert um Lothar Schämer, seinem ersten Torschützen in der Fußball-Bundesliga. Wie die Hessen am Freitag bekannt gaben, war Schämer bereits am Mittwoch im Alter von 77 Jahren verstauben. Durch sein Tor beim 1.1 gegen den 1. FC Kaiserslautern am 24. August 1963 hatte sich Schämer, der 344 Pflichtspiele für die Eintracht bestritt, in den Geschichtsbüchern des Klubs verewigt. Es war das erste Tor von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga. Quellen und weiterführende Links Minus Nachrichten Agentur Sitt